Buenos Notches Chicos y Chicas, der Countdown Chaos Jam ist gestartet und endet in 106 Tagen, 5 Stunden, 37 Minuten und 54 Sekunden. Ihr Spaß beiseite bei euch ist die Zahlen natürlich dann völlig anders. Ihr habt weniger Zeit wahrscheinlich als ich gerade. Wäre auch komisch, wenn nicht. Wäre das hier Zeitmanipulation, ist übrigens eine Mechanik aus dem Fundus. Ja, nein, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ihr könnt da mitmachen. Ihr könnt dort Geldpreise gewinnen. Die haben wir auch ein bisschen erhöht. Das Make-Up Pendium hat noch ein bisschen was dazu gelegt. Danke dafür. Und auch ich habe aufgestockt von 4 x 25 Euro Guthaben auf 8 x 25 Euro Guthaben, also verdoppelt. Ihr sollt wirklich eine faire Chance haben, Preise zu gewinnen. Und ich denke mal, das ist jetzt auf jeden Fall gegeben. Macht mit. Habt Spaß. Wird ein cooles Event. Aber was hat das Ganze mit meinen Streams zu tun? Weil das soll ja ein Streamplan Video werden. Ganz einfach. Ich werde nächste Woche, werde ich die komplette Woche 7 Tage mir Zeit nehmen. Jeden Tag ein bisschen streamen. Montag fange ich an. Ich weiß noch nicht, wann ich Montag anfange. Vielleicht sogar schon Vormittag. Ich bin unsicher, wie ich Lust und Zeit finde. Auf jeden Fall werde ich nächste Woche Montag anfangen zu streamen. Und ich werde ein Spiel nach den Regeln hier basteln. Natürlich unabhängig von den Preisen. Ich werde bei keiner Verlosung, bei keinem Jury oder sonst irgendwas Auswahl mitmachen. Ähm, das ist nur einfach ein Just for Fun Game, was ich auch dann nach dieser Woche dann auch releasen werde. Es wird sofort rauskommen. Ähm, genau. Aber es gibt einen kleinen Clou mal davon ab, dass ich nur 7 Tage Zeit habe. Gibt es auch einen kleinen Clou, den ich mir auferlegt habe. Einen kleinen Challenge. Und zwar werde ich die 20 Mechaniken nicht selbst auswählen. Die 3 davon. Sondern ich werde sie mir auswürfeln. Und zack, jetzt habe ich mit 10 gewürfelt. Das wäre beispielsweise Time Manipulation, Zeit Manipulation. Ähm, ja, da lässt sich auf jeden Fall eine Menge machen. Und so weiter werde ich dann 3 Mechaniken auswürfeln. Meine Challenge sieht aber vor, dass ich mir einen kleinen Bonus gönne. Es gibt einen Re-Roll. Ich kann einen der 3 Würfel dann re-rollen, falls mir die 3 Mechaniken nicht ganz perfekt zusammenpassen und ich das in der Woche vielleicht nicht umgesetzt bekomme, wie ich mir das vorstelle. Kann ich eine der 3 Mechaniken umrollen. Aber im Großen und Ganzen sollte da was Machbares bei rauskommen innerhalb von einer Woche. Gut, das auf jeden Fall nächste Woche. Komplett Chaos Jam Mini Projekt. Wird mega cool. Ich plane auch gerade aktuell noch ein großes Projekt zu machen. Das werde ich allerdings nicht streamen. Aber darauf könnt ihr euch auch freuen. Das wird mega cool, wenn ich es denn hinbekomme. Wirklich, das wird mega cool. Ich gebe echt mein Bestes, ne. Ja, okay, Spaß. Ähm, genau. Dann heute streamt Pigismo. Vielleicht streamt er schon, wenn ihr das Video hier seht. Vielleicht ist er streamt aber auch schon durch, wenn ihr das Video gesehen habt. Link in der Videobeschreibung findet ihr dann wahrscheinlich bei live, denke ich mal. Ah, hier, anstehend. 1930. Oh, cool. 1930. Ähm, da ist der Stream. Ähm, wird verlinkt in der Videobeschreibung. Dann findet ihr den. Könnt ihr auf jeden Fall dann, ähm, anschauen. Und sicherlich auch im Nachhinein. Auf jeden Fall. Wird mega cool, denke ich mal. Morgen werden wir 20 Uhr Minecraft spielen gemeinsam wieder. Und ja, das haben wir jetzt lange schleifen lassen, aber ich habe mega Bock, einfach zusammen mit euch Minecraft zu spielen. Wurde auch angefragt von mehreren Leuten, ähm, mal wieder Minecraft zusammen zu zocken. Und deswegen, yeah, let's go, man. 20 Uhr morgen Samstag, ähm, Minecraft. Und Sonntag, 20 Uhr, werde ich, ähm, Origin, ein Pen & Paper Abenteuer spielen von Rapstery. Ähm, mega cooles Game, denke ich mal. Wird mega witzig. Ähm, so ein Pen & Paper Abenteuer, habe ich mega Bock drauf. Ähm, ich hoffe, es wird nicht so knifflig. Äh, aber es wird schon cool. Ab 20 Uhr, Sonntag, könnt ihr mal reingucken, auf jeden Fall. Ähm, Link auch hier in der Videobeschreibung. Könnt ihr also auch direkt schon selber spielen bis dahin. Bisschen Spaß haben. Bisschen gucken, wie ist das. Und dann selber mal gucken, dann Sonntag, wie ich darauf reagiere. Klickt ihr einfach dann auf Download Now. Und dann entweder bezahlt ihr die 10 Euro, wenn ihr das möchtet. Oder ihr drückt hier auf No Thanks. Just take me to the downloads. Ich finde aber 10 Euro ist angemessen. Ist bestimmt ein gutes Game. Ähm, ich werde die bezahlen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Origin habe ich jetzt lange vor mir hergeschoben, tatsächlich. Ähm, ich kam irgendwie einfach nicht mehr dazu, dann RPG-Megaspiele zu spielen, die nicht in Events eingereicht wurden. Tatsächlich. Ich habe so viele Eventspiele gespielt im letzten Jahr, dass ich einfach nicht mehr dazu wirklich mich aufraffen konnte, noch was anderes zu spielen. Bin ehrlich. Ähm, aber das wollen wir dieses Jahr ein bisschen ändern. Und habe ich auch bereits. Cool. Dann wisst ihr Bescheid, Streams, Streams, Streams. Und noch wichtig, es gibt noch eine Umfrage, an der ihr bitte teilnehmen könnt. Ähm, Link dazu auch in der Beschreibung. Nehmt teil, ähm, wollt ihr an dem Event teilnehmen, an dem Countdown Chaos Jam? Oder, ähm, wollt ihr nur meine Streams gucken? Oder interessiert euch das Event nicht? Oder habt ihr eine völlig andere Meinung, die ihr in einen Kommentar schreibt, was einer gewählt hat? Aber es gibt irgendwie keine Kommentare. Ich kann da mal F5 drücken. Für, ne, es gibt einfach keine Kommentare. Also ich weiß nicht, da hat einer irgendwie sich verklickt, denke ich mal. I don't know. Äh, wahrscheinlich hat er gemeint, das Event interessiert mich nicht wirklich. Wahrscheinlich das. Ähm, aber ist nicht schlimm. Ähm, muss ja auch nicht jeden interessieren. Cool. Ja, dann macht mit. Und tschüssi, bis morgen Minecraft. Kommt ihr rum? Ja, würde mich freuen. Tschüss.